Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir diese Nachricht, die für dich ist, mit dir teilen und wie gewohnterweise mit auf den Weg geben. Heute machen wir diese Nachricht mal ein bisschen was ganz anders, weil ich hatte heute Morgen den Ruf des Tarots, einfach mal zu sagen, Alena, ich möchte heute gerne, dass dieses Kartendeck, das Gilde Tarot, heute spricht. Heute mal nicht die Nachrichten der Engel, heute mal nicht, wie gewohnterweise, Selbstheilungsprozesse oder irgendwie was in die Richtung, sondern heute ist einfach nur das, was das Tarot sagen möchte, egal in welche Richtung es geht, okay? Wir fangen mal an, Leute. Was ist diese Nachricht, die du oder viele von euch heute hören müssen? Was ist diese Nachricht? Was ist das, was das Tarot diesen Menschen hier sagen möchte? Was ist los? Leute, wir haben hier als erstes, schaut mal, das ist wirklich die Karte der Kommunikation, der Gespräche, einen Mittelweg zu finden, Vergangenes ruhen zu lassen, ja, in die Balance zu kommen, den Neuwilligen willkommen zu heißen. Und das Tarot möchte dir heute sagen, es ist egal, worum es in deiner Situation geht. Deine Blockaden halten nicht ein Leben lang. Viele von euch trauen sich nicht zu reden, viele von euch haben Angst davor, was zu sagen, viele von euch haben einen Rückzug angetreten, viele von euch sind verführt, versucht, in Dreiecksbeziehungen zu geraten, untreu zu werden, in die Lüge zu gehen, sich gerade auch wirklich von Verführungen verführen zu lassen, ja, also das heißt, schlechte Geldangelegenheiten, Verstrickungen. Hier geht es darum, dass, was das Tarot dir sagen möchte, ist, du solltest vorsichtig sein, wem du was vertraust, wem du anvertraust, welche Entscheidungen du triffst, ja, dass du hier nicht in die Blockaden gehen sollst, wenn man dir mal was sagt, dass du hier nicht auf Konfrontation gehen sollst, wenn du Kritik erntest, du sollst aufpassen, wie du auch Kritik erntest oder Kritik siehst, ja, das heißt, du solltest an deiner Umgangssprache ein bisschen arbeiten, nicht, dass du Sprachfehler hast, ja, denk dran, wenn ich Sprachfehler habe, ist es einfach nur, weil ich auf mehreren Sprachen mittlerweile denke, sonst war es immer nur Spanisch, mittlerweile sind einige Sprachen hinzugekommen, durch diese ganzen Energien, die momentan sind, ja. Und hier geht es darum, du brauchst keine Angst zu haben, diese Blockade, die du gerade in dir fühlst, diese Krise, diese Angst, ja, geh in die Erleichterung, geh in die Freiheit rein, sei wieder nah, werfe allen Ballast raus, lasse dich nicht verführen, weder vor Untreue, vor Lügen, noch irgendwas, was dir schaden könnte in der nächsten Zeit, lasse dich nicht davon verführen, warum? Du sollst in die Kommunikation gehen, in die Ehrlichkeit, in die Wachsamkeit, in deine Balance. Wenn du merkst, dass irgendwas dir nicht gut tut, rede, okay? Du wirst in der nächsten Zeit eine Veränderung erleben, ja, warum? Weil das Schicksal dich dazu bringt, zu sagen, es ist Zeit aufzuwachen, es ist Zeit, was Neues zu beginnen, es ist Zeit, in eine klare Kommunikation zu gehen, es ist Zeit, hier wirklich Kompromisse einzugehen, ja, Erinnerungen der Vergangenheit loszulassen, sich zu harmonisieren, die Leidenschaft, die Passion wieder aufzuwecken. Leute, ich habe hier auch Menschen, die in einer emotionalen Abhängigkeit sind, in einer sexuellen Abhängigkeit sind, ja, Menschen, die einfach aus einer toxischen Beziehung raus möchten und schaffen es nicht, weil es geht um eine narzisstische Beziehung, weil es geht hier um eine sexuelle Hörigkeit, weil es gibt hier um ganz viele Druckmittel, es geht hier um Depressionen. Es ist wichtig, dass du an diesem Tag heute lernst, zu reden, dich zu befreien, dir Hilfe zu suchen. Die Welt liegt dir zu Füßen, immer und dann, wenn du es schaffst, im Einklang mit dir selbst zu sein, im Einklang mit deiner Umwelt zu sein, im Einklang mit Gott und mit alledem, was in dir ist. Leute, passt es auf eure Glaubensrichtungen an, auf eure Geschlechtsorientierung und auf eure Situation. Diese Nachricht, die heute für dich ist, lautet, traue dich, in den Dialog zu gehen, traue dich, deine Balance herzustellen, warte nicht auf morgen. Okay, deine Geduld wurde schon ausgezahlt, du musst jetzt deine Dämonen kontrollieren, deine Hürden fallen lassen, deine Mauern fallen lassen, ja, und da rauskommen, aus diesem Loch, wo du bist, gehe in die Freiheit. Hier geht es um Liebe. Viele von euch haben eine Liebe, die toxisch ist. Andere von euch erwarten wirklich, dass dieser Seelenpartner endlich kommt, ja, dass man hier wirklich was aufleben kann, dass du endlich diese Sehnsucht der Erfüllung stillen kannst. Achte aber dafür auch auf deine Gesundheit. Du musst hier wirklich aufpassen, dass du in deiner Stabilität bleibst. Für andere von euch habe ich hier die Unterschriften von Papieren, von Arbeitsgeschichten, ja. Solltet ihr irgendwas mit Papieren, Unterlagen, wo es deine Unterschrift bedarf, wo du was einforderst oder was Neues machen möchtest, ja, eine neue Baufirma, ein neues Geschäft, einen Kindergeldantrag, eine Steuererklärung, Gerichtsurteil, was auch immer. Hier verbarrikadiere dich nicht. Rede mit der Wahrheit. Es gibt hier Fallstricken. Irgendjemand möchte nicht, dass du zu deinem Recht kommst. Bürokratische Fehler, Lügen, Intrigen, irgendwas läuft hier nicht gerade rund. Kümmere dich drum, dass alles das, was du mit legalen Papieren, Käufe, Verkäufe zu tun hast, den richtigen Weg geht, okay. Das Schicksal sagt dir, du hast die Möglichkeit, aus allem, was du heute dir vornimmst, das Beste draus zu machen, aber, ja, du musst aufpassen, weil es gibt hier dritte Personen und auch deine Egos, die dich zu Fall bringen wollen. Nein, raus aus diesen Blockaden, raus aus diesem Loch, okay. Verbinde dich mit dir selber. Du wirst es schaffen, immer und dann, wenn du in die Leichtigkeit gehst, akzeptierst, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die du nicht ändern kannst, dass du Dinge akzeptierst, die du zu ändern hast, dass du die Last los wirst, diese ganzen Belastungen, diese ganzen Schmerzen, diese ganzen Unsicherheiten, ja, dass du einfach wirklich lernst, in deine Vollendung zu kommen. Sei es mit dem Wunschpartner, sei es mit finanziellen Sachen, sei es auf der Arbeit, worum auch immer. Hier geht es darum, aus deinem Loch rauszukommen, in deine Stabilität zu kommen, diesen Ballast loszulassen, in diese Leichtigkeit, guck mal, zu gehen. Wir haben hier Menschen, die wirklich total viele Krisenentscheidungen treffen müssen, ja, Blockaden, Neubeginn, die auch wirklich durch dritte Leute, durch dritte Personen unterdrückt werden, gefangen gehalten werden. Leute, hier geht es um eure Befreiung, um euer Seelenwohl. Hier geht es darum, dass die Nachricht, die heute für dich ist, gehe in die Leichtigkeit. Leichtigkeit. Erkenne die Schönheit. Das Leben steht dir bevor. Du hast die Möglichkeit, ja, vom Schicksal, dein Leben komplett zu ändern. Du wirst die Hilfestellung bekommen, die du möchtest. Du musst dich nur trauen. Habe keine Furcht. Kehre wirklich in dich hinein. Fülle dein Leben mit Frieden, mit Harmonie, mit Stabilität. Gehe deinen Weg. Es ist die Zeit, was zu ändern. Dann, Leute, es ist ganz toll, ja, viele von euch sind unschuldig in ein Drama geraten. Guck mal, wir haben hier die Lügen, die Intrigen, die Abhängigkeiten, ja, dieses ganz Schlechte, die Fallstricken, wo man euch schaden möchte. Guck mal, dabei bist du unschuldig in eine Situation geraten. Deswegen habe ich hier auch Gerichtsprozesse. Deswegen habe ich hier auch Menschen, die wirklich in einer emotionalen Geschwangenschaft herrschen. Nein, ihr müsst wirklich in die Ruhe kehren. Ihr müsst euch befreien. Ihr müsst wirklich wissen, dass das Leben euch so viel mehr zu bieten hat, wie einfach nur das, was ihr gerade seht und was ihr gerade lebt. Guck mal, wir haben hier wirklich den Engel der Veränderung. Wir haben den Engel der Stärke und wir haben den Engel der Ehrlichkeit. Der Engel der Ehrlichkeit fällt genau auf, was ich euch gesagt habe. Die Lügen, die Abhängigkeiten, die Untreue, die Schattenseiten, die Konflikte, die Verführung, den Neid, alle Schlechte in einem Menschen, wobei du einfach ganz liebevoll und unschuldig bist. Und der Engel der Ehrlichkeit sagt immer, gehe in die Wahrheit, höre die Wahrheit, schaue hinter der Fassade, lasse dich nicht beirren. Hier geht es darum, dass du immer zwischen den Zeilen liest, egal in welcher Situation du bist. Leute, passt euch meine Videos auf eure Situation an. Alles, was du sagst alleine, das passt nicht mit mir. Das eckt dich an, weil du vielleicht auch der Mensch bist, der gerade lügt, weil du vielleicht auch der Mensch bist, der gerade untreu ist, weil du gerade der Mensch bist, der nicht gerade in seinem besten Moment am Leben ist. Alles, was dich ancheckt, ist, weil meine Nachrichten nicht nur Tarotkartenlegungen sind. Es sind therapeutische Legungen mitunter auch, damit du als bewusster Mensch eine klare Entscheidung treffen kannst und damit dein Unterbewusstsein anfängt aufzuwachen. Also denk dran, alles, was aneckt, ist für dich und für dein Unterbewusstsein. Der Engel der Ehrlichkeit begleitet dich, der Engel der Veränderung. Es ist Zeit, aus diesem Loch rauszukommen, in die Veränderung reinzukommen, das Schicksal anzunehmen und wirklich voller Liebe, voller Leichtigkeit jede Entscheidung anzugehen, die du brauchst, um glücklich zu sein. Der Engel der Stärke ist dabei. Der Engel der Stärke sagt dir, habe keine Furcht, ich bin da, immer wenn du mich brauchst, frage mich um Rat, ich gebe dir positive Energien, ich gebe dir positive Ereignisse, ich helfe dir dabei, loszulassen, in deine Kraft, in deine Vitalität, in deine Stärke zu gehen. Hier geht es darum, die Nachricht ist für dich, lautet, ich erkenne meine eigene Schönheit. Ich komme klar und aufrichtig mit mir und mit Mitmenschen zu. Ich traue mich, mein Leben ohne Angst zu leben. Ich bin bereit und ich schaffe es, jede Herausforderung in meinem Leben anzunehmen, um das höchste Wohl für mich und für andere zu machen. In erster Linie mein Wohl, damit ich in die Glückseligkeit, in den Frieden, in die Harmonie, in die Liebe zurückfinde. Leute, damit möchte ich mich verabschieden. Diese Nachricht war heute eine sehr schöne Nachricht. Danke, dass ihr meinen Kanal liked. Hinterlasst mir einen Kommentar, wenn ihr euch hier identifiziert gefühlt habt. Denkt dran, alles, was mit dir nicht in Einklang ist, ist für dein Ego, für dein Unterbewusstsein, damit du aufrappelst. Und nehmt diese Nachrichten wirklich ernst, Leute. Es ist wichtig, damit ihr spirituell und persönlich weiter wachst, okay? Leute, ich danke euch, fühlt euch ganz lieb gedrückt. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Diese Nachricht war total klasse. Lese hinter den Zeilen, ab ins Leben, ab in die Wahrheit und du wirst es schaffen. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Bye.